gute und schön dass ihr wieder mit dabei sein bei einer weiteren folge expeditionsarmutrunner wir bleiben noch ein bisschen die arizona habe ich mal nachgeguckt hier unten wollte ich noch die box den boxen stoff machen da normal bevor es sehr schwer wird na ja okay brauchen wir brückenbau und lkw rechtlichen lkw logistiker was bin ich richtig ja hier um ok wenn wir den mit die vorauszahlung müssen einhalten in winter einmal einmal zweimal das und machen wir so nach würde ich jetzt mal sagen da habe ich genug sprit kann auch ein bisschen was einsammeln und man teile hat schon auch ein oder sind hier drin ok 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 dann machen wir das so dann lassen wir schon mal gucken hier drüben neuen motor haben wir schon drin heute drin zeigte mir neuen mutter an federo haben wir das schon drin die reifen die haben wir schon drin haben wir schon drin also ich könnte mal schauen aber was anderes so eine neue lackierung naja da lassen wir den erstmal so auf dem habe ich auch noch können gar nichts ok noch mit runden aber dann nehmen wir die noch mit das haben wir los annehmen was auch mensch was war das jetzt ich habe mich verdrückt denn hier 12 so hatten wir das und dann in den einsatz rein die expedition starten natürlich das hat wieder viel zu lang gedauert jetzt und schon wieder so du sich handeln was gibt es nicht noch was sie sind das da hinten jetzt und das hier bergstadt zum anderen zeichen nehmen jetzt muss ich mal gucken jetzt habe ich doch gar nicht aktiviert hier hinten muss hin ok 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 damit habe ich jetzt gar nicht so gerichtet hier hochfahren das ist eine foto hier können erst mal der hohe kann schon mal ein bisschen mit der drohne gucken hier steht direkt vor dem stein dr durch und schon langsam irgendwie die hat mich doch schon mal aus dem dreck die mission ok ich muss mit dem rkw doch nicht in sache reinfahren komm ich auch jetzt sie dann geworfen alter war ich bin schon hier oben noch die drohne raus schön weitläufiges land hier ich hab mir da unten wäre was aber es nur ein stein schlechte signal ja du mich auch mit dem signal da ok luftabwurf der krein kennen na da kann man sich eine brücke bauen ich glaube es war auch aber bauteile die beine das ist schon ganz schön ein ganz schöner weg wir fahren mit am besten da ist eine schlucht da ist der wagen es war bisher das sind wir dann schon ganz gute beinahe und die handbremse angelassen immer diese handbremse ich werde halt alt und vergesslich da bedienen wir uns erst mal wenn was gescheites dabei ist das nehme ich mit und was verbraucht nur sprit so durch ich lerne es nie aber naja ich muss ja auch nichts mehr lernen ich weiß ja genug ich bin ich kann gleich ich kann jeder Da kommt doch jetzt doch mal hin, da ist ein Fragezeichen. Mission? Oh nee. Wäre das Glück jetzt eine neue Mission anzufangen? Verschwindet dann diese Mission, die Ob-Mission, die ich jetzt mache? Ich nehme es lieber noch an mich an. Er gründet das Gebet. Achso, immer noch zu dahin. Da komme ich jetzt bequem drüber, ne? Ich glaube, ich wäre aber auch ohne Brücke drüber gekommen, aber kein Risiko eingehen. Jetzt haben wir lieber hier entlang. Oh, wie bitte? Oh, aber... Natürlich. Jetzt habe ich den Rückwärtsgang drin. Nein, bin ich gar nicht. Ah, die Hand brennt. Einfach mal ziehen lassen. Bitte. In den Allradmodus. Ich will da runter. Manchmal in Lenkung, ne? Ich will da hochfahren. Moment mal. da doch nicht stude wird die fuhrte nehmen vom program die alte sollte naja gut muss hier einmal aus rum hier rum und dann wieder hier oder wie was ganz dahinter das bringt mir nichts ich bin schon voll ich muss den stimmig wiederholen wenn man fehler es war schon wieder verstaunt wiederholen die andere und fragen wird es noch da oben ist dieser abwurf brauche ich aber nicht mir wunder wieder hier wieder hoch was ist mir das ist mit dem spiegel los motor ist aus so dass ich hier nochmal auf die karte oder was hier was das schlucht schlucht da ist der baum dass die schlucht matz bäumchen was steht denn hier ein häuschen sechsenhaus schlucht fahrt schlucht mal weiter na komm ziehen hier rübe der will kippen der mega felsen dahin dass man zählen eben uns aktiviert ich war hier runter ich glaube das wasser ist zu tief hier oder jetzt passt es doch oder wie komme ich jetzt hier rauf mit toni drüber heizen auch mal warum nur alles im grünen bereich mal gucken was das wasser anzeigt hier so alles grün ist ja nicht der wasserstand der wasserstand kann mich mal um arschlecken so 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 ich bin schon wieder ganz gut aus sieht doch schon wieder ganz gut aus was wir hier machen und stopp haben wir wieder brückenbau ich hoffe es reicht noch für eine brücke es passt wir sind nach maßen hier in der natur willkommen mit getöse so da braucht man das tröhnchen weiter weg höhenunterschiede ja wohl komisch wir haben schlechtes signal obwohl ich noch 100 meter weiter vorfliegen kann was das hier auch noch mal eine brücke was ist wenn sie ziel entdeckt nun gut da fahr ich hier runter 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 die steine hier runter da hoch 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 da schauen wir mal ob wir da was machen können oder auch nicht vom erstmal hier weiter ein kleiner grüner kaktus das steht bei mir am balkon online oder so in der art der sonne zeiter das waren noch zeiten damals seine mons müsste ich dann hier hoch fahren wenn ich das aktivieren will die brücke es gibt eine mega expedition würde sagen und das soweit bin ich noch gar nicht mehr mit meinem equipment equipment einfach mal so komm ich dann hier auch so und so so nicht kippen fahren wir hier entlang mal hier kommt man schön hoch habe ich eben noch nicht gesehen die reifen ich könnte mich ja versuchen einen baum hoch zu ziehen hier vorne an dem mal ein bisschen scheiße bauen mal gucken ob das auch geht hat schon vor hier oben ist er und noch gut es geht sogar 0 vorräte wir kommen schon wieder runter also da kommt zwar hoch aber ohne bauteile sieht es mal aus ich möchte andere seite hoch ich möchte andere seite hochziehen müssen alles andere ist jetzt ein umweg da da erkunden wir halt die gegend dahinten hey wie ein plötspoll hier wie ein bällchen naja was sind wir machen ich bin immer noch bei meiner ersten sprit füllung die lister wald und habe ich kein schritt mehr da noch hoch was er braucht auch wieder sehr viel sieben prozent wir sind schon im radius mit karte anschauen okay wir sind hier schön am rand kann ich hier schön hin fliegen mit der drohne deswegen immer schöne runde ich hoffe das steckt auch schön auf 37 prozent wir sind bei 46 prozent ok dann fliege ich mal hier drauf zu na ja da muss die hofer 71 prozent zu mir 91 ok eine wahnleuchte wusste standpunkt auch hier muss wieder stückchen zurückfahren dann falsch dann machen wir das auch ganz knackig was so hier um ein leuchtfeuer plötzlich spaltet haben wir einfach drüber und schon nachher auch wieder irgendwie hoch aber sowohl nicht das machen ein leuchtfeuer toll das war es hatte gar nichts aufgebaut ich habe gedacht kommt jetzt mega leuchtfeuer heute nicht aber hier kann ich mal gucken hat er verloren und fracht da schauen wir mal warum sagt stopp und ich sage nein baum wir fahren da wünsche mal gucken weil lass mal kicken das zieht rüber ach so eine aufgabe oh mein gott ne ne du so nicht ich mache jetzt mal meine mission fertig leuchtfeuer ich hoffe das wir schaffen das ohne winde geht es auch jetzt kurz vor dem letzten ding das ist schon das hier nur kaum noch sprich aber es passt und wir haben geliefert wie versprochen das war es gewesen danke leute danke fürs zuschauen teilen liken abonnieren ich kann es nicht oft genug sagen schön dass ihr abonniert leute hilft mir das hier mal ein bisschen ein paar mehr videos machen dann wieder also trio